Hi, Candy! Ich bring die Bretter. Oh, danke, Cassie. Lädst du die bitte da drüben ab? Hey, Cassie! Pass auf, Mixi! Ist doch aufregend, so eine Tanzveranstaltung, nicht? Oh ja, ich liebe tanzen. Welcher ist dein Lieblingstanz? Mein Lieblingstanz? Ich weiß nicht. Meiner ist Zalza. Molly hat mir gezeigt, wie man ihn tanzt. Eins, zwei, Cha-Cha-Cha. Eins, zwei, Cha-Cha-Cha. Eins, zwei, Cha-Cha-Cha. Und eins, zwei, Cha-Cha-Cha. Ich kann es. Oh, versuch's mal, Heppo. Und du auch, Rollo. Das ist super.